Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr die Bremsen hinten bei einem Golf 7 tauschen könnt. Ein Golf 7 mit elektronischer Parkbremse. Und für das Ganze müsst ihr natürlich erstmal das Rad abmontieren. Dazu braucht ihr natürlich dann einmal eine Hebebühne und wenn ihr die nicht habt, einen Wagenheber und einen Unterstellbock, damit der Wagen dann nochmal zusätzlich gesichert ist. Schaut einmal nach, ob sich dort noch irgendwo ein Felgenschloss befindet und demontiert dann dieses dementsprechend auch mit ab. Das Rad kann sein, dass es immer so ein bisschen fest sitzt. Also dann müsst ihr da vielleicht mal ein bisschen gegenhauen oder so. Das ist völlig normal. Was ihr aber auf jeden Fall noch braucht, um die Bremsen zu wechseln, ist als, ich sag jetzt mal, Spezialwerkzeug eine 14er Vielzahnnuss. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Da müsst ihr nämlich zwei Schrauben mit lösen, die unheimlich wichtig sind. Die müsst ihr nämlich lösen, damit ihr nachher die Bremsscheibe auch tauschen könnt. Und damit ihr überhaupt erstmal jetzt anfangen könnt mit dem Bremsenwechsel, müsst ihr euer Fahrzeug einmal mit VCDS verbinden und einmal sicherstellen, dass die Parkbremse auch nicht angezogen ist. Das heißt, diese einmal lösen, also auf die Bremse treten und einmal nach unten drücken den Schalter. Und dann löst sich sozusagen dann die Feststellbremse hinten. Dann verbindet ihr das Ganze mit VCDS, geht ins Bremsen-Elektronik-Steuergerät rein, geht dort auf Grundeinstellung und wählt dort dann den Bremsbelag-Modus aus, also Bremsbelag-Wechsel-Modus starten. Und wenn ihr da drauf tippt, hört ihr schon dieses Geräusch. Und jetzt ist der Kolben da drinne soweit zurückgefahren, dass ihr den Bremssattel abnehmen könnt. Wenn ihr jetzt in den Fehlerspeicher reinschaut, dann seht ihr auch, dass dort steht, dass der Bremsbelag-Wechsel-Modus aktiv ist. Danach könnt ihr VCDS jetzt erstmal wieder schließen. Jetzt fangen wir an oben mit den Kappen. Das heißt, hier sind so zwei Kappen drinne. Also ich selber nutze dafür immer Torx-Bits, weil die einfach noch ein bisschen besseren Grip haben als normale Sechskant-Imbusschrauben, also normale Sechskant-Bits. Und damit klappt das eigentlich relativ gut. Wichtig ist eigentlich immer bei Schrauben, aber das werden wir nachher auch noch merken, Hebelkraft. Also je mehr Hebelkraft ihr irgendwie da drauf bekommt, desto besser und schneller und einfacher lassen sich die Schraubenlösung, vor allem auch sicherer. Also das ist schon wirklich sehr gut. Also so, wenn ihr euch das so anschaut, habt ihr natürlich viel Hebelkraft und sowas. Und ihr müsst auf jeden Fall aufpassen auf die Leitung, also auf die Bremsleitung hier, dass die nicht irgendwie zerknickt oder zu weit strapaziert wird. Das ist ganz wichtig. Und das sind diese Bolzen, die da dann drinne stecken. Die holt ihr dann jeweils einmal raus, die beiden. Also es sind so zwei Stück. Und dann könnt ihr vorne noch einmal die Klammer entfernen. Die könnt ihr so raushaken. Und ansonsten mit einem Schraubendreher oder sowas einmal ein bisschen rausziehen, dass das gelöst ist. Dann könnt ihr hier einmal so vorsichtig so drunterhaken, um das einmal anzuhebeln. Und den Rest könnt ihr eigentlich in der Regel so einfach abziehen. Passt aber dann nur auf, wenn ihr den Bremssattel jetzt wieder in der Hand habt, mit der Bremsleitung, dass das nicht irgendwie auf Spannung irgendwie hängt oder sowas. Da müsst ihr auf jeden Fall immer mega drauf achten. Das sind die alten Belege. Schaut euch das auch an. Hier seht ihr auch, die Klammer sitzt innen. Immer innen, nicht außen, sondern diese Klammer an dem Bremsbelag sitzt innen. Egal ob auf der linken Seite oder auf der rechten Seite ihr die Bremsbeläge macht. Die sitzen immer auf der Innenseite. Und hier seht ihr auch, die Belege, die sind auf jeden Fall noch gut. Also da könnte man noch etliche Kilometer mitfahren, tausende Kilometer. Aber trotzdem werden die jetzt hier einmal für euch gewechselt. Hier sitzen übrigens auch noch Sensoren und Stecker. Und da müsst ihr auf jeden Fall auch einmal aufpassen, dass ihr da nicht irgendwas beschädigt oder abreißt etc. Das ist auf jeden Fall immer mega, mega wichtig. Also im Prinzip haben wir jetzt ja schon den Bremssattel runter und die Bremsbeläge sind ja auch gelöst. Es geht jetzt eigentlich nur noch einmal darum, um die beiden hinteren Schrauben, die mit diesem 14er Vielzahn festsitzen, also mit diesem 14er Vielzahn. Und auch da empfehle ich euch einfach, versucht wirklich den größtmöglichsten Hebel, die Hebelkraft dort anzuwenden, um das irgendwie zu lösen. Und ich habe jetzt leider nicht so einen riesigen Hebel. Deswegen habe ich jetzt nur den Drehmomentschlüssel. Den nimmt man auf jeden Fall nicht zum Lösen, sondern nur zum Festziehen. Mir blieb jetzt allerdings nichts anderes übrig, also habe ich den so ein bisschen missbraucht. Aber nehmt den bitte nicht zum Lösen. Drehmomentschlüsse sind immer nur zum Festziehen geeignet, sonst kann die Mechanik da drinnen kaputt gehen. Und wichtig ist auch, wenn ihr das nicht wirklich abbekommt, diese Schrauben, wie es bei mir der Fall war. Sie waren wirklich extremst fest. Dann seht auf jeden Fall zu, dass ihr diesen Torx-Bit irgendwie reinhämmert, so gut es geht. Dass der wirklich fest drinnen sitzt. Das ist wichtig. Und wenn ihr am Drehen seid, dass ihr dann diese Knarre auch oben direkt an dem Winkel, sozusagen, also an dem Gelenk da oben, einmal festhaltet. Und dann erst versucht, das Ganze zu lösen. Ihr könnt natürlich auch alternativ mit dem Schlagschrauber versuchen, das Ganze zu lösen. Das habe ich auch zwischendurch gemacht. Ist aber eigentlich nicht empfehlenswert, weil Schlagschrauber meistens so viel Power haben oder zu viel Power, dass die dann, naja, die Schraube davon auch kaputt gehen kann. Oder der Bit abreißt, etc. Das ist also zum Lösen eigentlich auch nicht geeignet. Aber diese Dinger saßen wirklich so unheimlich fest. Aber wenn ihr die einmal geknackt habt, dann habt ihr eigentlich das Gröbste hinter euch. Das ist also der schwierigste Part an allem. Wenn diese Schrauben festsitzen, dann habt ihr echt ein bisschen zu tun und das Ganze hält zeitlich sehr auf. Lassen sich diese Schrauben schnell lösen, dann ist der Wechsel von den Bremsen auch wirklich rucki-zucki gemacht. Hier habe ich jetzt auch die zweite Schraube erwischt und lose bekommen. Ich versuche nochmal so ein bisschen das weiter auszuleuchten, könnt ihr das besser sehen. Ja, und auch hier auf jeden Fall immer irgendwie aufpassen mit den Kabeln und den Schläuchen von dem Bremssattel. Ist das alles ein bisschen ungünstig hier. Also deswegen halte ich mit der zweiten Hand meistens auch mit dem Bremssattel so ein bisschen fest, damit der nicht irgendwie auf Spannung sitzt, etc. So, und jetzt sehen wir hier nochmal diese fiese 14er Vielzahnnuss oder Schraube, eher gesagt, die halt so festsitzen, diese beiden. Wenn ihr die gelöst habt, wie gesagt, dann ist das alles nur noch ein leichtes Spiel. Und jetzt können wir nämlich diesen Halter hier noch raus machen für die Bremsbeläge und damit dann auch die Bremsscheibe jetzt leicht lösen. Also normalerweise sind es jetzt neuerdings immer so Torx-Schrauben, die da drin sitzen. Früher waren das auch nur einfache Kreuz-Schrauben, auch wahrscheinlich heute noch zum Teil, je nach Hersteller. Und bei diesen Schrauben habt ihr auch manchmal das Problem, dass die ganz schnell übernudeln. Das heißt, es sind eigentlich auch richtig blöde Schrauben so gesehen. Und naja, das musste ich halt auch schon mal ausbohren bei den vorderen Bremsen bei diesem Golf 7. Und das war wirklich nervig und hat Zeit gekostet. Also wenn es nach mir geht, könnt ihr diese Schrauben einfach mal ganz geschmeidig wegfeuern. Und auch gar nicht neu installieren, weil die arretieren zwar so ein bisschen die Bremsscheibe, aber die arretiert sich nachher von alleine. Also das ist wirklich nur eine Montageerleichterung, aber hat jetzt nicht wirklich einen Sinn. Also wenn diese Schraube fehlt, tut das keinem Abbruch. Es spart euch einfach Ärger, falls diese wirklich mal festgammelt. Und jetzt kommt natürlich der Teil, wo wir diese Bremsscheibe lösen müssen. Und dazu brauchen wir einen Hammer und Rohrgewalt. Aber Vorsicht, kloppt da drinnen nichts kaputt. Es kann eine Weile dauern und diese Bremsscheibe kann wirklich ultra fest sein. Also habt da ein bisschen Geduld. Macht einfach ein bisschen weiter. Ich habe es dann auch nochmal zusätzlich ein bisschen eingesprüht. Aber das sehen wir gleich nochmal. So, einfach ein bisschen Power-Rostlöser draufsprühen, dass das dann mal kurz einwirken kann. Auch auf der Rückseite. Das kann man jetzt hier gerade leider nicht sehen. So, aber einfach von hinten an der Stelle, wo die Scheibe dran sitzt, dort einmal ein bisschen Rostlöser dran. Und dann einfach nochmal kurz warten und mit ein bisschen Gewalt geht es dann letzten Endes doch. Jetzt haben wir im Prinzip eigentlich die Bremse schon komplett gelöst. Die Bremsscheibe ist runter, die Bremsbeläge sind runter. Und jetzt können wir uns daran machen, das Ganze zu säubern. Das ist halt wichtig, dass ihr jetzt erstmal anfangt und das Ganze einmal ein bisschen sauber macht. Möglichst blitzeblank. Ich habe jetzt leider nur so ein kleines Hilfsmittel hier und keine richtige Werkstattausrüstung. Aber damit geht es auch schon größtenteils sehr gut. Wichtig ist übrigens auch, dass wenn ihr schon dabei seid und hier das Ganze einmal irgendwie von Rost befreit, dass ihr da irgendwie eine Schutzmaske tragt, etc. Weil dieser Bremsstaub, der sich dann da abmacht, ist überhaupt nicht gesund. So, ich versuche jetzt nochmal hier einen anderen Aufsatz. Auch diese Halter, die wir jetzt ja gerade zum Schluss abgebaut haben, für diese Bremsscheiben und so weiter und auch die Bremsbeläge vor allen Dingen, die müssen wir natürlich auch einmal sauber machen. Also die Aufnahmen, wo die Bremsbeläge dann nachher drauf liegen. Und ich kann nochmal sagen, dieser Staub, der da abfällt, bitte nicht einatmen, tragt auf jeden Fall irgendwie eine Schutzmaske oder ähnliches. Das ist wirklich nicht gesund. So, was wir jetzt noch machen müssen, ist mit diesem Spezialwerkzeug, das ist ein Bremsenrücksteller-Set. Auch da findet ihr den Link in der Videobeschreibung. Das benötigen wir, um den Bremskolben sozusagen noch restlich zurückzudrücken. Ihr könnt alternativ auch eine Wasserpumpenzange oder ähnliches nehmen. Falls ihr sowas nicht habt, würde das auch gehen. Ihr müsst halt nur irgendwie diesen Kolben vorsichtig einmal ein bisschen zurückdrücken. Und normalerweise nimmt man halt dieses Werkzeug dafür. Das ist speziell für alle Fahrzeugmarken, natürlich auch VW und so weiter, Audi, Seat, Skoda. Und das wird dann einfach so eingespannt und dann dreht ihr das quasi so weit, dass ihr da auf Widerstand stoßt, um dann im Endeffekt den Kolben komplett zurückzudrücken. Ihr seht auch hier, es sind so kleine Kerben drauf auf diesem Bolzen. Und diese Kerben haben quasi dann das Gegenstück auf diesen Adapterplatten. Also diese Adapterplatten hier, diese passenden, die sind alle so ein bisschen unterschiedlich und passen auch unterschiedlich. Weil bei dem hier zum Beispiel seht ihr, da sind diese Nupsis relativ weit draußen und das passt nicht. Und auf der linken Seite oder der linke, da sind die nicht sogar weit draußen. Und das sind zum Beispiel die passenden für VW. Okay, aber ihr seht ja auch diese Anleitung, die daneben liegt, dieses weiße Blatt Papier in der Folie. Da steht einmal nochmal drauf, für was welche geeignet sind. Also welche Fahrzeugtypen, welche Platten da brauchen. Und dann dreht ihr quasi im Prinzip einfach und drückt damit den Kolben zurück. Löst das Ganze und dann seht ihr, ist das Ganze schon direkt plan. Es wird hier in diesem Fall wirklich nur ein kleines Stück zurückgedrückt. Also, dass das plan ist mit diesem Gummi. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut euch dieses Gummi an. Dass das in Ordnung ist. Dass das sauber ist vor allen Dingen. Wenn dies schon kaputt ist oder sowas, muss der Bremssattel getauscht werden. Weil dann nämlich Gefahr läuft, dass der Bremskolben da drinnen nicht mehr vollständig zurückfährt. Jetzt, wo wir alles sauber haben und so weiter, geht es an den Rückbau und den Einbau der neuen Bremsen. Dazu nehmen wir uns natürlich eine neue Bremsscheibe und montieren sie wieder gerade drauf. Hier ist jetzt im Prinzip diese Geschichte mit diesen kleinen Minischrauben, die ich vorhin gesagt habe, die ihr eigentlich wegschmeißen könnt. Ich habe sie übrigens vorhin nicht wirklich weggeschmissen. Das sah nur so aus. Nicht, dass ihr denkt, ich schmeiße irgendwas quer über den Hof. Diese kleinen Schrauben sind einfach jetzt für diese Montage einfach nur zur Arretierung. Und ich zeige euch das jetzt einfach nur. Also ich will sie eigentlich gar nicht montieren. Ich mache das jetzt nur einmal, bevor irgendjemand rumquakt. Es ist ja gemacht werden muss und bla bla. Ja, macht es wie ihr möchtet. Es ist sowieso hier keine professionelle Anleitung, sondern dient ja lediglich nur dazu, euch das mal aufzuzeigen. Ob ihr das nachmacht und wenn ihr das nachmacht und wie ihr das nachmacht, ist im Endeffekt alles euch überlassen. Ich übernehme da keine Haftung für, Leute. Also seid auf jeden Fall vorsichtig, wenn ihr an einem Bremsen arbeitet. Und ihr könnt auch alternativ, so wie ich das mache zum Beispiel, hier auch einfach eine Schraubereien drehen. Und jetzt nehme ich diese kleine Schraube mal wieder raus. Und ihr seht, das Ganze ist trotzdem fest. Und die kann nicht mehr abfallen oder nicht runterfallen. Und alles ist gut. Macht ihr die noch mal ein bisschen sauber vorher oder halt jetzt, wenn sie drauf ist, je nachdem. Ein bisschen Bremsenreiniger draufsprühen. Könnt ihr, müsst jetzt auch nicht unbedingt. Und, also, die sagen zwar alle, man soll das nochmal sauber machen, diese Bremsscheibe. Aber im Endeffekt ist es eigentlich soweit schon sauber. Einmal übersprühen, abwischen und dann ist gut. Denkt daran, wie diese Bremsbeläge montiert waren. Ja, dieser hier mit der Klammer, der muss nach innen. Und ihr müsst jetzt auch darauf achten, dass ihr die wirklich richtig rum drauf macht und nicht irgendwie falsch rum montiert. Es gibt viele, die montieren die falsch rum. Ihr müsst also von außen hier auf diese Schrift drauf gucken können. Und natürlich muss das Raue, also dieser Belag hier, die müssen natürlich zur Scheibe zeigen. Dann, damit das Ganze nicht so quietscht, gibt es so Bremsscheiben oder beziehungsweise Bremsklotzpaste oder Anti-Quietschpaste. Das hat viele verschiedene Namen. Und diese hier müsst ihr einmal damit so ein bisschen einschmieren. Mehr ist weniger in diesem Fall. Das heißt, ihr könnt lieber ein bisschen mehr drauf machen, anstatt zu wenig. Weil, wenn ihr zu wenig drauf macht, dann kann das auch sein, dass sich das vielleicht irgendwie mal nach ein paar Monaten verflüchtigt. Und dann habt ihr quietschende Bremsen. Und um das zu vermeiden, müsst ihr die natürlich ein bisschen einstreichen. Das ist ganz wichtig. Ihr könnt einmal die Bremsbeläge an den Stellen einschmieren, wo sie aufliegen. Und natürlich auch die passenden Gegenstücke dann dementsprechend. Und genau aus diesem Grund ist jetzt auch wichtig gewesen, dass wir den Bremskolben zurückgedrückt haben. Weil ansonsten nämlich die neuen Bremsbeläge zusammen mit der Scheibe nicht passen würden. Und die kommen dann gleich so wieder rein, dass ihr quasi diese Klammer sehen könnt. Auf der Seite, so wird das dann montiert. Aber, bevor wir jetzt diese Bremsklötze und sowas wieder montieren können, müssen wir natürlich jetzt erstmal wieder die Halterung dran machen für die Bremsscheibe. Das heißt, diesen Halter, den ihr hoffentlich noch sauberer gemacht habt, wie ich es getan habe, montiert ihr einfach wieder. Richtig rum natürlich. Der passt auch nur in eine Richtung. Und befestigt den wieder mit den zwei Schrauben. Wofür ihr wiederum die 14er Vielzahnlust benötigt. So, das heißt, wir müssen jetzt alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen und halt dementsprechend auch diese Schrauben wieder festziehen. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Die werden normalerweise natürlich, wie fast alle Schrauben am Auto, mit Drehmoment angezogen. Ich kann euch jetzt allerdings nicht genau sagen, wie viel Drehmoment diese bekommen. Ich kann euch nur sagen, dass diese Schrauben tatsächlich sehr fest angezogen werden. Wie vorhin schon gesagt, könnt ihr natürlich jetzt mit dieser Service-Paste auch einmal diese Gegenstücke dann dementsprechend nochmal einschmieren. Und einfach ein bisschen Paste drauf machen. Ja, hier ist jetzt ein bisschen viel, aber das ist bei diesen Dosen so. Wenn man einmal ein bisschen drauf drückt, dann kommt da relativ viel raus. Aber ist egal. Hier, wie gesagt, lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Das macht gar nichts. Das verschwindet sowieso irgendwann durch Autowäschung etc. Alles für ein bisschen wieder. Dann könnt ihr einfach die neuen Bremsklötze so auflegen. Achtet wirklich nochmal darauf, dass diese richtig rum montiert sind. Und auch hier nochmal der Hinweis, die Klammer sitzt innen. Und dann könnt ihr einfach das ganze Teil nochmal nehmen hier, den schönen Bremssattel und stülpt ihn im Prinzip einfach nur wieder drauf. Und ja, das war es eigentlich schon. Der Bremskolben ist zurückgedrückt. Die Bremsbeläge sitzen drauf. Der Bremssattel kommt drauf. Und jetzt schraubt ihr das mit diesen Schrauben wieder fest. Diese Schrauben könnt ihr übrigens auch ein bisschen einfetten. Also nicht am Gewinde, sondern drumherum außen am Metall. Damit diese gängig bleiben. Das habe ich jetzt in diesem Fall hier nicht gemacht. Aber ihr könnt das gerne machen. Und dann schraubt ihr die auch einmal wieder fest. Und diese oberen Schrauben müsst ihr auch festziehen, aber nicht so brutal festziehen. Also die brauchen jetzt nicht irgendwie 1000 Jukometer oder sowas. Also die könnt ihr ganz normal fest anziehen und dann vielleicht nur eine kleine Vierteldrehung oder sowas dran. Also die müssen jetzt nicht übertrieben festsitzen. Und eigentlich ist es kein Hexenwerk, diese Bremsen zu tauschen. Auch mit dieser elektronischen Parkbremse nicht. Es gibt auch Möglichkeiten, habe ich schon gesehen, im Netz werden die angeboten, wie man das Ganze ohne VCDS zu nutzen zurückdrückt oder wie auch immer. Aber das kann ich euch empfehlen. Macht das nicht, weil ihr könnt damit wirklich die Mechanik in diesem Bremssattel kaputt machen, der dafür auch zuständig ist. Also diesen Motor, dass das vor und zurück fährt. Also wenn ihr Bock habt, das kaputt zu machen, dann macht es einfach so ohne VCDS und ansonsten macht es mit einem Diagnosegerät ganz normal, wie man das auch in der Werkstatt machen würde. Wenn ihr die beiden Schrauben oben wieder drinne habt, die wir gerade festgezogen haben, wofür ich übrigens auch mal ab und zu mal Werkzeug zweckentfremde. Also ihr könnt auch einfach hier eine 7er oder 8er Nuss nehmen, ganz normal. Und da dann ein Bit draufstecken, falls ihr keinen fast passenden Bit habt, baut ihr euch selber ein. Das ist kein Problem. Dürft ihr natürlich auch nicht vergessen, die Kappen wieder drauf zu machen. Da waren ja so schwarze Kappen auf der Rückseite drauf. Und wir müssen jetzt einmal hier die Spange noch befestigen. Also die könnt ihr einfach hier so ein bisschen drunter hebeln, entweder mit einem Schraubendreher oder per Hand, je nachdem. Guckt ihr einmal, da sind so zwei Löcher vorgefertigt. Da muss das Ganze rein. Und dann muss sie halt auch links und rechts unten drunter sitzen. Und damit das besser funktioniert, könnt ihr da einfach die vorsichtig mit dem Hammer wieder dran hämmern. So, das war's schon. Jetzt sitzt die Spange wieder fest. Und alles ist soweit montiert und fertig. Damit wir das Rad wieder montieren können, demontieren wir einmal ganz kurz diese Schraube, beziehungsweise lösen sie und nehmen sie ab. Und jetzt seht ihr, wie sich das halt verhält ohne diese Fixierschraube, weil die habe ich jetzt ja vorhin wieder rausgenommen. Und ihr seht, dass das noch ein bisschen locker und los ist. Das ist aber nicht schlimm, weil das zieht sich gleich eh fest, wenn wir das Rad wieder drauf machen. Dann zieht sich die Bremsscheibe auch fest. Und komplett fest drücken wird sich das Ganze, sobald ihr die Bremse sowieso mal betätigt. Aber das machen wir jetzt ja noch nicht, weil wir müssen ja gleich noch auf der anderen Seite das fertig machen. Das erspare ich euch jetzt aber, weil ich habe euch das jetzt ja auf dieser Seite gezeigt. Und genau so funktioniert das halt auf der anderen Seite auch, also auf der linken Seite. Und damit alle zufrieden und glücklich sind, montiere ich jetzt einfach nochmal diese kleine Feststellschraube. Und dann kann diese Scheibe jetzt auch nicht mehr verwackeln. Es ist einfacher, um jetzt das Rad wieder zu montieren und so weiter. Aber wie gesagt, sie gammelt auch gerne mal fest und dann habt ihr natürlich den Ärger, dass ihr die vielleicht ausbohren müsst. Und das ist dann nicht mehr so lustig. Hier seht ihr jetzt nochmal die fertige Bremse, ein bisschen im Detail. So sieht das Ganze dann aus, wenn es gewechselt worden ist. Eine frische Bremse, Belege sind drauf, Fixierschraube ist drin in der neuen Bremsscheibe und so weiter. Ihr könnt das Ganze nochmal ein bisschen sauber machen, wenn ihr möchtet. Und wenn ihr dann losfahrt und leicht bremst, dann habt ihr auf jeden Fall immer so ein leichtes Schleifgeräusch am Anfang. Das heißt, Bremsen müssen so ein bisschen eingebremst werden. Wenn ihr natürlich bremsen müsst, dann müsst ihr bremsen. Sicherheit geht immer vor, aber am Anfang müsst ihr vielleicht einfach ein bisschen sanft bremsen, nicht so stark in die Eisen gehen. Und dann habt ihr am Anfang noch dieses leichte Schleifgeräusch. Das ist halt dieser Belag, der sich ein bisschen abreibt. Das ist völlig normal. Es sollte aber nach ein paar Kilometern dann auch weg sein. Und ansonsten, also ihr braucht die Bremse nicht entlüften oder ähnliches. Das funktioniert alles weiterhin ganz normal. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ja, so sieht das Ganze nochmal aus. Die Spange nach innen. Belege immer zur Scheibe gezeigt. Ja, und das war es eigentlich auf der Beifahrerseite. Und hier seht ihr das Ganze nochmal auf der Fahrerseite. Sieht dann genauso wunderschön aus. Und das war es. Danach, wenn ihr fertig seid, dann natürlich wieder das Rad montieren. Die Radschrauben mit entsprechendem Newtonmeter anziehen. Bei Alufelgen empfehle ich immer so zwischen 110 und 120, maximal 130. Aber das ist je nach Hersteller unterschiedlich, einmal die Räder anzuziehen. Dafür dann natürlich den Drehmomentschlüssel benutzen. Ganz wichtig. Und danach, wenn ihr soweit beide Bremsen getauscht habt. Die werden ja mal paarweise getauscht übrigens. Nicht, dass ihr jetzt nur auf einer Seite irgendwas tauscht. Dann müsst ihr das Ganze mit VCDS dann noch einmal wieder aus dem Bremsbelagmodus beenden. Und was auch noch wichtig ist zu sagen, ist, dass ihr zwar neue Bremsbeläge tauschen könnt und die Scheibe drauflassen könnt, das geht. Aber ihr könnt das andersrum nicht. Ihr könnt jetzt nicht sagen, ich möchte eine neue Scheibe und die Belege noch benutzen. Das funktioniert nicht. Das nochmal kurz als Hinweis. Und hier sehen wir jetzt nochmal, wie wir das Ganze mit VCDS einmal beenden. Und danach könnt ihr dann mit eurem Auto wieder durchstarten. Jetzt hört ihr, dass das Ganze wieder einmal so vor und zurück fährt. Der Kolben. Das ist also völlig normal. Der passt sich jetzt gerade einmal an. Und das war's. Dann steht hier abgeschlossen und läuft nicht. Und dann könnt ihr hier wieder zurückgehen. Wie ihr vielleicht vorhin gesehen habt, bin ich als erstes auf den Fehlerspeicher gegangen und hab den gelöscht. Das müsst ihr jetzt hiernach auch nochmal machen. Also wenn ihr jetzt alles komplett beendet habt, dann geht ihr nochmal in den Fehlerspeichermodus rein und löscht einmal den Fehler raus. Wenn ihr das vergesst, ist es nicht schlimm. Ihr könnt trotzdem fahren. Das ist kein Problem, aber das ist auf jeden Fall besser. Der Fehler würde sich ansonsten noch irgendwann automatisch löschen. Ihr könnt danach natürlich noch einmal VCDS abschließen, das Auto ausmachen, Zündung ziehen. 20 Minuten warten, bis die Busruhe eintritt. Dann nochmal Zündung an, VCDS verbinden. Nochmal ins Bremsen-Elektronik-Steuergerät reingehen, die Fehlerspeicher anschauen und gucken, ob dort alles raus ist. Aber wie gesagt, das ist nicht dramatisch, falls ihr das vergessen solltet. Das Auto funktioniert trotzdem und bremst auch trotzdem. Und auch die elektronische Parkbremse ist dann auch wieder angesteuert, weil ihr das ja, den Bremsplugmodus, beendet habt. Das war der Bremsenwechsel hinten beim Golf 7. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und weitergeholfen. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Video.